Ob Domdeckelschraube, Türscharnier oder Sattelplatte, sie alle haben eines gemeinsam. Um einwandfrei zu funktionieren, brauchen sie Schmierstoffe. Und nicht gerade wenig. Timo Biermann, Werkstattleiter des Logistik- und Transportunternehmens Kleinwächter in Hallenberg, nutzt dazu die Produkte der Agravis-Marke Tektrol. Wir setzen Tektrol-Schmierprodukte ein, angefangen von Türscharnieren mit leichten Wartungsarbeiten, über den nach Hersteller vorgeschriebenen Ölwechselintervallen, Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl, Hinterachsen etc. Seit mehr als zehn Jahren besteht die Zusammenarbeit zwischen der Firma Kleinwächter und der Agravis-Ralf-Eisen AG. Aktuell begleitet Agravis-Fachberater Axel Landwass die Spedition. Regelmäßig ist er mit Timo Biermann im Gespräch. Einmal im Monat stehe ich telefonisch mit der Firma Kleinwächter in Kontakt. Wir sprechen den Bedarf durch. Wir sprechen über diverse Neuerungen im Schmierstoffbereich, um auch eine Sortenrationalisierung von diversen Produkten einzuführen. Besonders in den vergangenen Jahren hat er einen Wandel in der Schmierstoffbranche beobachtet. Bislang war für die Agravis das Kerngeschäft Schmierstoffe hauptsächlich innerhalb der Landwirtschaft. Aber inzwischen gewinnt das Segment Transportgewerbe wie Spediteure, Frachtführer für uns immer mehr an Bedeutung. Ein wichtiger Partner hinter der Marke Tech Troll ist der Schmierstoffhersteller Fuchs in Mannheim. Für die Agravis ist es wichtig, dass die Schmierstoffe in Erstausrüsterqualität geliefert werden und mit echten Herstellerfreigaben versehen sind. Für Timo Biermann, der sich zusammen mit seinen Kollegen um mehr als 240 Fahrzeuge kümmert, steht ein reibungsloser Ablauf bei der Lieferung der Produkte an erster Stelle. Egal ob als lose Ware oder Gebinde. Da das für uns tägliche Arbeitsmittel sind, ist es für uns wichtig, einen Ansprechpartner zu haben und dass sich die Produkte untereinander hervorragend ergänzen. Das sieht auch Geschäftsführer Alwin Reda so. Als mittelständisches Speditions- und Logistikunternehmen unterhalten wir einen Fuhrpark von ca. 120 Zugmaschinen und 170 Aufliegern. Unsere jährliche Leistung beträgt ca. 120.000 Kilometer pro Jahr. Als Ver- und Entsorger verschiedener Industriebereiche sind wir auf die gleichmäßig gute Qualität unserer Lieferanten angewiesen. Hier haben wir mit der Firma Agravis und ihrem Produkt Tektrol einen zuverlässigen Partner gefunden.